Röster 12, Röster 12, bitte Positionsmeldungen. Befinde mich direkt über Zielobjekt. Und warum habe ich hier noch kein Bild? Kommt sofort, Jumos 1, der Planet nennt sich Erde. Er ist bewohnt von intelligenten Wesen. Du weißt, wir brauchen sehr intelligente Lebewesen, die auf unserem Planeten Groß-Orient als Sklaven zu verwenden sind. Diese Lebewesen sind intelligent. Schauen Sie nur, das haben die Erdbewohner alles selbst gebaut. Sieht ja furchtbar aus. Wo sind diese Erdbewohner? Hier, ich habe den Intelligenztest schon vorbereitet. Unser Computer hat eine Versuchsperson ausgewählt. Wen? Da kommt er gerade. Allmächtiger, was ist denn das? Ja, er ist bei seinen Erdgenossen sehr beliebt und besonders erfolgreich. Er muss intelligent sein. Ich glaube bestimmt, dass meine Wahl genau richtig war. Das will ich für dich hoffen, Röster 12. Ja, was macht er denn? Kann er nicht einmal seine eigene Haustür aufmachen? Aber das ist doch gerade die Testaufgabe, großer Jumos. Wir haben ihm nämlich seinen Schlüssel weggebeamt und an einer Versuchsanlage aufgehängt. Ja, jetzt hat er ihn entdeckt. Sie sind doch intelligent, diese Lebewesen. Na gut, das überzeugt. Ich denke, vier Milliarden können wir von denen als Hilfsarbeiter gebrauchen. Was ist das? Aus, aus, versuch sofort abbrechen, sofort abbrechen, Röster 12. Wir sind ab sofort degradiert. Jawohl, wir sind degradiert. Nein, 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 bitte nicht degradieren, bitte nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein.